Einen wunderschönen guten Tag, liebe Streaks4Uteam. Mein Name ist Finn und ich möchte euch jetzt einen kleinen Einblick in so circa alle Spiele geben, die ich bisher so angezockt, normal gezockt oder auch mal gesuchtet habe. Nur noch ein kleines Vorwort, damit es keine Verwunderung gibt. Keine Sorge, mein Gesicht könnt ihr dann am Ende des Videos begutachten. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen Erfahrungen von Videospielen. Angefangen hat alles damals, als ich noch ein kleiner Milchwurri war. Also so circa in einem Alter von 6 bis 8 Jahren. Dort habe ich angetrieben von meinen größeren Geschwistern mit sämtlichen Lego-Spielen angefangen. Sei es nun Lego Star Wars, Lego Indiana Jones oder auch Lego Harry Potter. Ich habe alles gespielt. Und ich war damals mehr als nur begeistert sowie fasziniert darin. Ungefähr zur selben Zeit hat sich dann meine Schwester von ihrem eigenen ersparten Geld einen damals noch echt guten Nintendo geholt. Den sie zwar meist immer für sich selbst beansprucht hat, aber natürlich haben ich und mein Bruder uns auch nicht lumpen lassen und darauf mal Pokémon, Super Mario oder auch mal Mario Kart gespielt. Und ich meine, hey, für unser Alter waren wir gar nicht so schlecht darin. So verging also die Zeit. Und mit Spielen wie Arno 1503 und Forstory habe ich mich schon im jungen Alter mit Echtzeitstrategie sowie Open World MMORPG vertraut gemacht. Und auch wenn ich gestehen muss, dass ich nicht sonderlich gut darin war. Wie gesagt, so verging also die Zeit. Bis ich ein kleiner Finn von ca. 3 Käse hoch, das viele Geld zusammengespart hatte, um mir damals eine neu rausgekommene Playstation Vita zu holen. Auf diese habe ich zuerst Rennspiele wie Modernation oder Wipeout gespielt, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnere. Das war aber auch schon leider wie die letzte Erfahrung, die ich von mir aus mit Rennspielen gemacht habe. Danach zog es mich für das erste in die quietschbunte Welt von LittleBigPlanet zurück, wo ich mit meiner kinderlichen Neugier nicht nur Stoffmonster in ihre Einzelteile zerlegt habe, sondern auch mein Glück beim Bauen von Robotern erprobte. Nach diesem eher sonderlichen Abenteuer hat es mich dann in die tiefen Ruinen von Dungeon Hunter gezogen, wo ich zum ersten Mal das Gefühl des Grindings kennenlernte. Immer den besten Loot hinterher, wo finde ich die beste Rüstung und schaffe ich es da hinten über den Boss zu legen? Solche Fragen gingen mir in dieser Zeit wohl immer durch den Kopf und machten für mich das Game vermutlich schwerer, als es eigentlich hätte sein können. Ja, das war schon eine schöne Zeit, bis ich wohl oder übel von einem Zug mitgenommen wurde, nämlich den Hypetrain in Richtung Minecraft. Das Spielspielen mit den eigenen Freunden, die mal nicht direkt neben einem saßen, die Möglichkeiten mit Mods, Tech-Tropics und auch Shadern zu spielen. Es war fast schon so, als könnte ich mein individuelles Spiel erschaffen, was mich dann auch für eine längere Zeit wieder gehalten hat. Doch parallel dazu entdeckte mein Bruder für sich selbst League of Legends, was er von dort Tag ein und Tag aus auch spielte, was mir natürlich keineswegs entging. Es erinnerte mich, als ich es das erste Mal gesehen hatte, an Dungeon Hunter, doch auf einer ganz anderen Ebene. Nachdem ich das Spiel als Zuschauer über die Schulter mir angeschaut habe, wollte ich dann aber auch nochmal mein Glück in der Kluft versuchen. Doch vergebens, nach einem Match war ich anscheinend für die nächsten paar Jahre komplett überfordert, weshalb ich das Game fürs Erste beiseite wiedergelegt habe. Daraufhin habe ich mich dann in den nächsten Jahren erstmal mit Minecraft und Terraria zufrieden gegeben. Angekommen in der Oberstufe fand ich wieder schnell neue Leute, die genau wie ich dasselbe Hobby teilten. Mit ihnen habe ich mich wieder an neue Spiele vorgetastet, um aber nicht allzu weit von den bisherigen abzuweichen, zockten wir erstmal zusammen alle Space Engineers. Ein Survival Game, das durch seine verwirrende Steuerung sowie seine mehr als 360 Gradronom-Orientierungsmöglichkeiten definitiv kein leicht zu meisterndes Spiel war. Und danach war es endlich soweit. Wir kamen dazu, ein Game, was ich schon seit Release an verfolgte und in sämtlichen Art und Weisen mir angeschaut habe, endlich zu spielen. Hierbei handelte es sich um nichts Geringeres als mein Lieblingsspiel Evolve Stage 2. Mir gefiel einfach alles in diesem Spiel. Die riesigen Monster, die Jäger, die Kämpfe, die darin stattfinden. Vieles davon hatte meinen Erwartungshorizont gesprengt. Doch natürlich war auch dieses Spiel nicht unbedingt beliebt, weil es mit vielen Bugs, Glitches und auch anderen Fehlern auf den Markt kam und somit eine Menge an Spielerschaft schon am Anfang verschreckte. Doch da ich erst zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen bin, hat mich das nicht mehr allzu sehr gestört. Somit verbrachte ich und meine Freunde das erste Mal so viel Zeit in einem Spiel, dass wir insgesamt auf über 150 Spielstunden kamen. Als meinen Freunden dann so allmählich die Luft ausging, wechselten wir fürs erste wieder das Spiel. Doch wer hätte es gedacht, wir blieben wieder beim selben Spielprinzip. Schlussendlich wurde es dann Dead by Dale. Dieses hatte mich trotzdem schweren Abschied von Evolve wieder schnell gefesselt. Der Nervenkitzel, der dabei entstand, wenn der Killer nur wenige Meter dich verpasste und dafür den Maid, der im Schrank gegenüber von dir sich versteckt hatte, daran glauben musste, war immer wieder unglaublich aufregend. In den öfters vorkommenden kleinen Pausen, die wir hin und wieder gemacht haben, haben sich dann noch Spiele wie Carrie Smott, The Forest oder Dieb eingehakt. Doch dann, nach sechs Jahren Ruhestand, wollte ich es wieder wissen und kramte mir wieder League of Legends aus dem Tiefen meiner Festplattenspeichers hervor und versuchte mich erneut. Da jeder Anfang aber folglich schwer ist, musste ich mich immer öfter zusammenreißen, um nicht jedes Game aufs Neue meine Motivation zu verlieren, weil mich das Game zu diesem Zeitpunkt mit der Menge an Helden sowie die Möglichkeiten etwas mehr überfordert hat als üblich. Schlussendlich konnte ich mich dann zusammenreißen und habe meine Freunde herangeholt. Zusammen haben wir die ganze Sache dann gerockt. Zwischen dieser sich immer fortführenden Spielsession von League of Legends fand ich dann noch Spiele wie Civilization 5 oder StarCraft II für mich. Was als nächstes Großes darauf folgte, kam aber aus einer ganz anderen Sparte wieder. Die Rede ist hierbei von Tom Clancy's Rainbow Six Siege, was nach einiger Zeit sogar auf mein Platz 2 der meistgespielten Steam-Spiele von mir gelandet ist. Ich mochte es einfach, koordinierte Strategien durchzuführen, die ich zuvor mit meinen Freunden besprochen hatte. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt immer geklappt hat, hat es uns trotzdem eine Menge Spaß sowie Nervenkitzel beschert. Zum Jahresende hin folgte dann auf Schritt und Tritt auch Overwatch, was mich bestimmt auch mehr als 500 Stunden bei sich behalten konnte. Danach pendelte ich eher mal zwischen Spielen wie Subnautica, Dota Auto Chests, League of Legends und Battle Royale herum. Doch danach begann wieder gehende Leere. Denn ich habe für mich ARC-Sewable beworfen entdeckt, was mich erstmal eine Weile bis heute immer noch gut unterhält und beschäftigt. Mit einer gesunden Mischung aus ARC-TFT, genauso wie Normal League, vertreibe ich nun bisher mit meinen Freunden, die ich über die Jahre gefunden habe, meine abendliche Freizeit. So, liebe Streaks for Beauty, das war es denn jetzt auch. Mein Gaming-Lebenslauf. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich mich nochmal einen persönlichen Gespräch mit Ihnen vorstellen könnte und Sie von mir überzeugen könnte. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch eine traumhafte Zeit und viel Spaß beim RAID!